Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein bisschen mehr über die Gitarre beibringen. Und zwar werde ich euch ein paar Akkorde zeigen. Außerdem werde ich euch erklären, wie man die Akkorde greift. Dann fangen wir mal an. Mit den Akkorden aus D-Dur. Das wäre einmal das G. Greif mir den Mittelfinger auf diese Seite. Dann hier mit dem Ringfinger. Auf dieser Seite. Und unten auf der letzten Seite, auf der kleinen E-Seite, mit dem kleinen Finger. Dann haben wir den G-Akkord. Der G-Akkord. Der klingt so. Als nächstes. Den D-Akkord. Den greifen wir so. Zeigefinger auf die Seite. Auf die G-Seite. Den Mittelfinger. Auf die E-Seite. Und dann die B-Seite. Den Ringfinger. So wird der Akkord gegriffen. Ich zeige noch einmal nach der Reihe, wie ich die Finger auflege. Der erste R-Finger. Die G-Seite. Hier, der hier. Die E-Seite. Die B-Seite. Dann klingt der Akkord so. Als nächstes den A-Akkord. Der sieht so aus. Ich greife mit dem Zeigefinger. Auf die D-Seite. Auf die G-Seite. Der Mittelfinger. Und auf die B-Seite. Der Ringfinger. So sieht das Ganze dann aus. Das Ganze klingt dann so. Das waren die Akkorde, die man in der D-Dur verwenden kann. Jetzt zeige ich mal die A-Dur. Die Akkorde aus der A-Dur. Das ist wieder der D-Akkord. Zeigefinger. Mittelfinger. Ringfinger. Das ist der Akkorde wie vorhin. D-Akkord. Da kommt wieder der A-Akkord. Zeigefinger. Auf die D-Seite. Auf die G-Seite. Der nächste Finger. Und auf die B-Seite. Beziehungsweise auf die H-Seite. Der nächste Finger. A-Akkord. Da kommt ein neuer Akkord dazu. Das ist der E-Akkord. Der sieht so aus. Ich greife mit dem Zeigefinger. Auf die G-Seite. Auf die A-Seite. Den Mittelfinger. Den Finger. Auf die D-Seite. Dann habe ich den E-Akkord. Der klingt dann so. Als Lied nächstes. Dann habe ich die Akkorde aus der C-Dur. Tonleiter. Das wäre einmal der F-Akkord. Die F-Dur. Das ist ein sogenannter Barry-Akkord. Der sieht so aus. Man sieht schon, ich muss hier den Zeigefinger im ersten Bund über alle Seiten legen. Jetzt lassen wir den Finger gleich hier. Dieser Finger, der Zeigefinger kommt im ersten Bund über alle Seiten. Dann der Mittelfinger kommt auf die G-Seite. Der Ringfinger kommt auf die A-Seite. Auf die D-Seite. Der kleine Finger. Sieht also schon, ich muss hier gleich mit vier Fingern greifen. Wenn man den Zeigefinger richtig aufgelegt hat und die anderen Seiten richtig greifen, klingt das Ganze so. Das war der F-Barré-Akkord. Jetzt kommt noch mal. Jetzt kommt als nächstes. Jetzt kommt als nächstes der C-Akkord. Der C-Akkord greift man so. Wieder mit drei Fingern. Der kleine Finger. Der kleine Finger auf die B-Seite. Beziehungsweise auf die H-Seite. Der Mittelfinger auf die D-Seite. Und auf die A-Seite der andere Finger. Und das Ganze sieht dann so aus. Das Ganze klingt dann so. Als letztes. Dann kommt hier nochmal der G-Akkord. Dann greift man so. Mittelfinger. Die A-Seite. Auf die E-Seite der Ringfinger. Und hier unten der kleine Finger auf die E-Seite. Jetzt habt ihr schon einige Akkorde kennengelernt. Mit diesen Akkorden kann man schon sehr viele Lieder spielen. Man kann sie von jeder D-Akkorde auch durchtauschen. beliebigen Reihenfolgen spielen. So wie sie am besten klingen. Sie müssen halt zu dem Song passen. Und jetzt zeige ich nochmal im Schnelldurchgang. Die Akkorde zu jeder Dur-Turleiter. Die. Bei der D-Dur habe ich. Den G-Akkord. Den D-Akkord. Mit der Atmung habe ich. Die. D-Dur als letztes. F-Bachier. C und G. Ich hoffe ich konnte euch damit ein paar Tipps geben, ich hoffe ihr konntet auch einiges lernen und hoffe, dass ihr das mal ausprobieren werdet. Gitarre spielen kann man einfach lernen. Die ersten Akkorde sind ganz einfach zu greifen und zu spielen. Probiert das einfach mal aus. Ihr werdet sehen, dass das ganz viel Spaß machen kann. Dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Konzentriere dich auf das Licht. Du bist ganz entspannt und ganz relaxed. Folge mit dem Augen dem Licht. Nach rechts. Nach links. Die Mitte. Nach oben. Nach unten. Nach unten. Vielen Dank.